heute da wäre Prozent Keller der Kapelle von Wörtham alles klar und wieder raus aus dem Keller der Kapelle von Wörtham irgendwie ist das ziemlich komisch dass Deckard Caten jetzt gestorben ist der einzige Charakter der immer überlebt hat stülpt einfach mal so nebenher und vor allem in so einer komischen Zwischensequenz am Anfang am Anfang vom Spiel im Intro aufwendiges Intro für den dass er da runterfällt und jetzt stirbt er einfach ja der der Kälte ist ja nicht runtergefallen wieso der war doch dann weg ach so in ach so in die Hölle ach so äh gut Hölle ja nicht ich habe gemeint du meinst den Typ der Prozent und zum Himmel runtergefallen ist so was das hier so eine Quest man muss ein Händler es gibt da unten bei den Höhlen einen Verrückten der nach einer Hand verlangt um sein Blut süßer zu machen ach so unsichtbar die Anwendung auf Unterwäsche ist nicht empfohlen ich habe die Anwendung auf der Auge das ist eine Verrückte der So, ich guck mal gerade noch den Stiefeln hier, die sind scheiße Okay Das ist aber glaube ich die erste Nebenquest, die wir finden, oder? Bisher Also das mit dem Schmied von am Anfang, oh hier ist noch ein Dungeon Irgendwo Achso, der ist da unten Der Schmied hatte uns ja noch beauftragt den Sohn, ne nicht seinen Sohn, seinen Lehrling zu suchen, aber den haben wir nicht gefunden Noch eine Quest Naja, das ist die, oder? Der opferbereite Einsiedler Ja, das war die Nebenquest Das war immer eine extrem schwere Nebenquest Geil So Und hier runter Was sagt denn? Gott Das sind doch die Dinger aus Yes, das Spiel Keine Ahnung, was wird meint Das Aliens Form Ja, achso Ja stimmt, so ein bisschen Ja, das ist bestimmt wieder so ein riesengroßer Dinger Wow Das ist mal ein Boss Das ist ein normaler Gegner, der schon so aussieht Ich probiere, dass man diese Eier da nicht kaputt machen kann Sowas kann man normalerweise immer zerstören Ich bin dagegen gelaufen Irgendwie, also zumindest die hier sind gerade kaputt gegangen Ich probiere es mal aus Ja, wenn man aber drauf schießt Nein, geht auch nicht kaputt Naja, geht auch nicht kaputt Naja, geht auch nicht kaputt So So Das ist verwinkelt hier Aber das ist wenigstens mal ein Dungeon, der anders aussieht Ja gut Ist ja im ersten Akt viel haben wir nicht gespielt Da sehen die Dungeons noch relativ lang gleich aus Schon wieder so ein Halbbrunnen Oh, da ist eine prächtige Truhe Oh, so ein prächtiges Vieh Ja, nur ein kleines Vieh Boah, geil Das war immer eine geile Oh, da ist eine Sichel drin, vielleicht sieht sie ganz gut So, was habe ich denn hier bekommen Magischer Zauberstab Ich habe so einen Zauberstab 15,4 Einhand Oh ja, der ist gut Und noch einen magischen Umhang Merci, wie ein Umhang Achso, ne, den kann ich, der ist für Dämonenjäger Achso Ja, der Zauberstab ist nice, geil So, die Sichel war leider nicht so gut wie meine Aber meine Ich habe einen Gürtel für Baba, 28 Moment, ich guck mal kurz Aber ich glaube, mein Gürtel ist schon ziemlich gut Moment Ja, 33 hat er Ja So, dann Na, dann behalte ich den für meinen Baba Eiersack So Hier sind Eiersäcke So Wenn man jetzt noch wüsste, wo man hier hin muss Ja, wir laufen einfach mal weiter Schon wieder in der Truhe Aber keine Brechtige Da war nur Rotz drin Boah So Und zurück Gehen wir mal hier runter Irgendwann werden wir Unseren Zielort schon finden Ich finde es geil, wenn wir ihn geil Es müsste nur noch irgendeinen Schrei geben Ja, das sieht ja so ein bisschen so aus Ja, das sieht ja so ein bisschen so aus Wenn man alles aus dem Raum wegkriegt Ja Das ist, äh, Fußruder als Flächenangriff Da kommt wieder die Die dicke Vieh Die sind ziemlich schlecht, diese Ghoule hier Ja, ich konnte gar nicht gucken, wie die Dinger heißen Das waren sie schon Ist auch noch so ein Eiersack Dann noch so ein Eiersack Und da liegt noch ganz überall Eingesponnene Opfer Und hier ist Gold Ich gehe mal hier runter In den Opfern ist mehr drin wie in den anderen In den Eiersäcken sind wie nie was drin Doch, ab und zu Wow Zack Oh, was war das denn? Ja, diese Diamantrüstung da Ist eigentlich ganz praktisch Ah, komm, mach doch So, jetzt Ah, waren schon alle tot Super Wie viele von den Viechern kommen denn hier? Verhalten Unendlich viele Wieso hat mein Typ gerade gesagt, ich bin geheilt Da waren wir schon Das ist immer, wenn du so ein rotes Lebensding aufhebst Da können wir aber gerade hier durchlaufen Kann man irgendwo anders Ich bleibe hier überall hängen, das war scheiße Ah, ne, hier ist Ende Gelände Hm Wo war man noch nicht Hier kommen gerade ein paar Okay Na, wow Okay Also ich bin fast verstorben Ich habe das gesagt Zack Wir müssen nochmal hier runter, oder? Sonst waren wir schon überall Nach da runter Ja, also da ist es Im Eingang ging es doch auch noch runter Ja, da ging es noch nach rechts Ja, aber Hier ist näher Da war man halt überall Da war man halt überall Hier ist nix mehr Ah, doch hier ist auch noch wunder Ja, sogar hier ist wieder Feierabend Aber es ist eine staubige Tasche Ah, das ist echt Äh Wo? Wo? Wow Wo? Wie? Hvalife Ich hab��고 celebrating Oh, dieser Zauber identisch Bereits dieser Busröst Sounds relationships Ah jetzt schon wieder nur Eiersäcke, die immer leer sind äh, ne, 5 Gold war drin also dann jetzt da oben rechts hoch oh, oh, ich bin langsam, weiß nicht mehr halten, ist da noch was ja, doch, da geht es nur noch rechts robuste Lederkapuze ja, wenn da so sauf viele von den kleinen Spinnen kommen, dann zieht voll Leben ja so, hier nach rechts oh, hier liegt sogar noch Gold für mich hoffentlich führt der Gang dann auch mal irgendwo hin Eiersack wow, hä? oh, hier ist eine, guck mal ein Goldener wie heißt das Vieh? Faneo, der Nomade des Ödlands gut, dass wir den getroffen haben die platzen immer so geil ich guck jetzt erstmal, was ich hier bekommen hab Ohrenbetäuble da aufprall habe ich nur Ruhe bekommen bei aufstampfen wow, ich hab neue Handschuhe, die sind wesentlich besser wie die Alten fast doppelt so gut haha ok gut aber hier Sprung es auch geil naja, aber Oh, ich hab das äh, was cooles gefunden für mein Mönch nice sei es nicht, es schmettern löst Schockwelle aus die Gegnern in ihrem Weg schauen zufrieden okay, nehmen wir das mal weil jetzt habe ich ich habe drei Gürtel für den Baban zwei auf 28, einen auf 30 so, ich hoffe mal, dass ich jetzt wirklich irgendwo hingehe, aber wenn dann ein Boss war, dann noch irgend so ein Vieh Scheiße, dann würden das jetzt den Prohr geil und da ist noch einer Eiersack Boah, geil und schau und da ist wieder eine Truhe Ah, nix besonders drin Oh, hier gibt es einen Buff, das ist immer schön Plus von solchen Erfahrungen Oh, das ist zwei Erfolge Wie saßt du? Ich höre, zwei bei mir ist ein Wahre Segen und irgendwas mit Banner Ne, das mit dem Banner, den ich ganz am Anfang bekommen, als du mein Banner benutzt hast Ja, das stand bei mir, was gerade jetzt ist so, ich habe das Ding mit dem Segnet bekommen, wahrscheinlich habe ich den schon Ja Boah, zack Boah, zack Boah, woah, woah, woah Ey, das betäubt mir, das hält vor langen Sag Gott, dich Boah, woah, woah, woah Reus schafft, dass wir enden, äh, 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 halte So ist die nicht auch auf 12 So, warte, ich guck mal gerade nach meinem Skill Ja Akkahnflug, das hätte sich ja schon mal geil an Oh, ich habe eine saugute Hose gefunden Oh, ich habe eine neue Voodoo-Maske für meinen Hexen-Doktor, mal gucken, ob der die wirklich benutzen kann So, ansonsten Mein Inventar ist bald wieder voll, aber ansonsten ist alles klar So Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier nach links Da wird wohl nicht mehr allzu viel sein, denke ich Oh, ein Ring Nice Äh Mehr Boote Hast du, äh, schon zwei Ringe? Äh, weiß ich gar nicht Moment Mal ganz zurück zum Anfang müssen, dann Ja, das sieht schon gut aus Äh, da vorne Ah, da vorne Nice Okay Ein Boss kommt jetzt Das wird jetzt so eine Riesenspinne sein, so ein Aragog Vieh Die Beutlinge Das ist schrecklich Sie saugt ihren Opfern die Gedärme auf